Musik Hey, ich bin Ernst Play und ich begrüße euch zur zweiten Folge vom Fernbus Simulator. Wir haben mal einen neuen Charakter und zwar männlich. Der sieht richtig männlich aus und wie ihr es da hinten schon erkennen könnt, fahren wir für das Reisebüro. Heute einmal zur Abwechslung und wir haben auch ein paar neue Special Gäste dabei. Das letzte Mal war ja der Tanzbeam mit dabei, sind wir zum Hotel Panorama gefahren, aber heute fahren wir von Berlin nach Selin. So, wir haben es eilig. Wir haben es eigentlich nicht eilig. Wir haben den Fahrplan anscheinend schön hier beim Reisebüro. Trotzdem fahren wir natürlich rot, überrot meinte ich und in die Automengen hinein. Kennt man doch. So, oh, da war die Polizei. Moin, moin. Hä, was ist denn los? Ah, perfekt. Ah, ich musste da rein. Verdammt, Alter, das wird eine lustige Busfahrt heute. Zack. Ah, lecker lustig. Da ist die Konkurrenz. Ah, doch nicht, lustigerweise. Ah, oh, hey, das ist Sinn. Was ist das für ein Busfahrer? Ah. Das ist heute noch heute. Aha. Da hören wir anscheinend schon unsere sehr motivierten Fahrgäste. Ich habe heute mal nur den Kuchen. Oh, ich kann ja noch lustig werden. Ah, da ist schon ein Fahrer. Oh, ja, 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 ja. Oh, da ist eigentlich das Reisebüro. Oh, und sind wir da? Wir haben den kleinsten VDL natürlich. Da ist ein männlicher. Kann ich jetzt endlich mal bestellen? Ich meine, nicht bestellen, Alter. Kann ich jetzt endlich mal Gipfling abgeben? Wir nehmen natürlich nur zwei Leute mit. Ah, moin, neppi. Moin, neppi. Hey, ich mache das nicht immer mit. Ich lasse dich, ich lasse deine Föhren nicht so viel. Wir haben deine Nummer. Wir andalieren. Wir nehmen mal alle mit, die was mitfahren können. Wer sich blöd benehmt, der wird aus dem Bus geworfen. Versteht sich natürlich. Ja, der hat mein Gepäck, der männliche Typ da. Ja, der ganz männliche. Alter. Alter. Der hat Sprengstoff drin, dann einfach. Geil. Haben wir den Tee? Können Sie bitte Ihren Bus leiser drehen? Gut. So. Können Sie bitte Ihren Bus leiser drehen? Können Sie bitte mal anerlernen? Ich kann bei diesem Ding nicht schlafen. Ich muss meinen Schülheitsschlaf bekommen. So, ich bitte Sie, also jetzt um genau zu sein, unseren Ehrengast, den Phantom Miao, die Busansage abzuspielen. Davor möchte ich aber noch ein paar Worte verlieren. Ich bin TrueVLP, einer der beliebtesten Reisebusfahrer der EU-West. Heute fahre ich für das Reisebüro. Und ja, ich wünsche Ihnen eine kotzköstliche Fahrt. Schauen Sie sich gut an. Es wird kotzhästlich. Und ja, das Mikro gehört Ihnen, Herr Phantom Miao. Also, äh, ich bin, ich bin der Herr Phantom Miao und, äh, ja. Saufen! Irgendwann haben Sie etwas Nachsicht. Das ist noch ein Rookie. Da kann nicht so viel. Ein Noob nennt man das auch in Fachkreisen. Oh, ich mach euch mal ein bisschen Licht da hinten. Ja, Digga, ich seh eh nichts. Oh mein Gott, die Sonne, sie blendet mich. Ich hab eh schon eine Brille auf, oder was toll denn das? Die Sonne blendet mich. Das ist doch so eine Frechheit. Deine Mutter ist eine Frechheit. So, da haben wir die Klimaanlage, die wollen es wärmer. Wärmer. Mach mal 120,5. Hallo, bitte. Also, ich brauch eine höhere Temperatur als das. Okay. Mach mal 25. Nein, ich mag mich fühlen wie ein Brathandel. Ich muss das neue Video von Fantameau schauen. Ich hoffe doch, dass es voll P ist, sonst können Sie gleich raussteigen. Obwohl, nee. Die Zür wird aufgemacht. Stimmt, es war der Tanzwirt von dem, wo Sie die Video schauen. Wer hat da gerade Tanzwirt 2000 gesagt, der darf gleich wieder raussteigen? Äh, der Neffi, der Neffo. Ja, Fantameau war das, genau. Der war das. Ich glaub, das war die eine Person, da ganz vorne. Ich glaub, die sollten Sie rausschmeißen. Ja. Andalieren Sie. So. Aber jetzt, honestly, es freut mich hier, wieder im Bus zu sitzen, auch wenn ich vermutlich die Fahrt nicht überleben werde. Das stimmt, ja. Aber es ist immer ein Spaß. So. Ah ja, natürlich, für mich gelten keine Verkehrsregeln. Ich hab's nur meine eigene. Wann sind wir da? Ich bringe gleich schon das Handy runter. Darauf wird erstmal die Flixbus-Ansage. Wann sind wir da? Die gibt's ja gar nicht. Wir sind ja ein Shuttle. Ah, ich hätte abbiegen müssen. Na, das ist der Bad. Hallo. Wann sind wir am Ziel? Du fährst zu schnell. Hallo. Warum fangen Sie eigentlich so schnell wie hier? Jetzt ist eigentlich ein Witz gemeint, mit dass Sie nicht überleben, aber... Also, Jonas, können Sie mir bitte nicht ins Wort fallen? Ja, mein Nagel ist komplett abgerissen, Alter. Angerissen? Ich hab ab sofort wegen Valentin keine Nägel mehr. Wie ich den gesehen hab, hab ich... Sind mir die Nägeln abgefallen? Oh, Alter. Sind mir die Nägeln abgebissen? Sonntagsfahrer. Fahren wir hier in der Formel 1, oder warum fahren Sie hier so schnell? Ja, eigentlich... Eigentlich wussten Sie nicht, dass der Valentin eigentlich ein Formel 1-Fahrer ist. Sind wir hier im Disneyland, oder warum schreibe ich mit einer Präsentin? Er hat seit 2001 jede einzelne Formel 1-Weltmeisterschaft eigentlich gewonnen. Ja, vor allem mit diesem Bus, ne? Mit dir... Ich bin so gu... Ich bin sogar nett zu den Fahr... Äh, zu den weiteren Verkehrsteilnehmern. Ich hupe. Ja, dann machen Sie mal hier Klo auf. Ich muss... Ah, ich wurde geblätzt. Also... Ich bin vollständig da. Ich schau ja gerade in drei Stunden. Ich muss aufs Klo. Wann sind wir da? Ja, ich bin am Klo. Wir sind gerade erst weggefahren. Wir sind gerade ein schönes Würstchen da rein. Sind wir jetzt da? Nein. Ja, sind wir jetzt da? What? What the fuck? Die Konkurrenz! Wow! Ach, du Scheiße! Komm, wir sind jetzt da. Sind wir jetzt da? Wir sind jetzt in einem Auto. Ah, ich hab gar nicht gewusst, dass sie auch für die Polizei als Straßensperre arbeiten. So, Überlandstrecke, die wilden Kurven sind da, Mensch. Ah, der Taunkloster, den dürfen wir nicht mit dem Arsch essen. Okay. Hey, da kannst du nicht fahren, du. Hast du einen Tipp-Ingenschutzschirm? Wir werden alle sterben. Sind wir jetzt da? Die Zielanzeige ausgemacht. Huch. Einfach fake. Ah ja, Linie 82 sind wir natürlich. Ja. 82 für wieviel? Nebenjahre. Nebenjahre. Ich will doch weintens Video verlieren. Ah, Polizei, Polizei! Oh. Oh, ey, da f... Geht bitte einmal noch aufs Gas. Ah, ah. An der Nordseeküste. An einem deutschen Bach. Sind die Fische im Wasser. Und der Bus in Selin. Ich glaube, wir fliegen. Genau. Den streifen wir. Heio! Tankloster, Alex. Ah, nee, das war kein Tankloster. Ja, tut mir leid, ich bin halt auch nicht der Beste. Wir sind dann da, wenn die Toilette voll ist. Ey, da rechts, Valentin, lebst du nicht da rechts? Geht's in so'nem Stall? Wie lustig. Ja, weiß ich. Ich hab Humor studiert. Ah! Oh! 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 Äh, ist wieder gerade. Äh, ist wieder gerade. Mein Komplett zerstört ist er auch, aber ist gerade. An der Nordsee. Junge, was macht das Auto da? Habt ihr das gesehen? Nö. Es geht driftend. Äh, ist wieder gerade. Oh, du Scheiße, oh, ah, ah, schade, einfach, einfach mehr Spins als Muzzle-Pin, wow, das Gute ist, wir sind so gewendig, Das nächste Mal packe ich den großen VTL aus, der hat 20 Meter und kein Gelenk, oh Gott, ist das echt ne Kölnertau? Nein. Oh, du Scheiße, 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 oh Du wurdest geblitzt! Imagine, man kommt in die Stadt rein und wird geblitzt! Oh, das war sauber gelöst! Sauber, sauber! Mein Lenker hat sich grad gelöst, aber scheiß drauf! Oh, sauber! Drei Kilometer noch! Uli, wir sind's! Alter, wehe! Du schneidest rein, du Blader! Polizei, sie haben nix gesehen! Ich bin im Dienst! Ich bin im Dienst! Oh mein Gott, nein! Einfach rückwärts fahren! Moin, moin, mein Haug-Sieben! So sieht man sich wieder, Herr LKW-Fahrer! Moin! Alter, du Blader! Der Papa da hat den Winter-Jamp verklebt! So, Selin, moin, moin! So, Leute! Wir sind da! Endlich, endlich angekommen! Endlich! Ich bin raus aus dieser Hölle! Um 39 hätten wir ankommen müssen! Wir sind fast eine Stunde zu früh gewesen! Zehn Minuten haben uns die Dreher gekostet! Mir egal! Wir hätten noch viel da sein können! Nehmen Sie sich Ihre ganze Scheiße mit! So, ich würde sagen, abschließen! Also, wirklich! Danke! Für ne 10 von 10! Also, ich hab 10 von 10 transportiert! Ups! Ja, Ökonomie, ja! Geht's auf Service! Na schau, alles da! Boah! Wunderbar! Verkehrsregeln! Ah, das schauen wir uns nicht an! Uff! Aber... Sachschienen minus 20! Stört keinen! Lenkzeit eingehalten! 100%! Betriebszeit eingehalten! Ich mein, was will man mehr? Passanten verletzt null! Also, wirklich! Unfälle 22! Ich mein, aber null Passanten verletzt ist auch ein neuer Rekord! Auf der Straße gefahren 60%! Ups! Geschwindigkeitslimits eingehalten! 78%! Sicherheitsabstand nicht eingehalten! 17 Mal! Boah! Also, das war's! Eine sehr interessante Fahrt von Berlin nach Seelin! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Wenn ja, Liked erlassen! Kanal abonnieren ist ganz kostenlos! Schaut bei den anderen vorbei, die sind in der Videobeschreibung verlinkt! Ich bin gut, ich bin gut! Eben, schaut bei mir vorbei! Nur halt bei mir! Immer nur bei mir! Gut, jetzt schaut's ja nicht mehr bei ihm vorbei! Oh, nein! Bitte schaut bei mir vorbei! Bitte! Ich muss den Valentin aushalten! Bitte schaut bei mir vorbei! Ne, das ist ein Geschenk! So! Wiederschauen! Wir sehen uns in der nächsten Folge! Bis dahin! Ciao, ciao! Dann bin ich wieder da! Tschüss!